Ok. Annapurna? Bisschen laut. Ben Esposito? Ok. Ich kenne ihn nicht. Muss ich den kennen? So. Da sind wir. Donut County. Ein Indie-Spiel, was ich schon öfters gesehen habe, aber selber noch nie gespielt habe. Ich gucke gerade wegen dem Ton, aber ich glaube, das sieht ganz gut so weit aus. Ja, das Spiel soll eigentlich ganz lustig sein. Soll hauptsächlich darum gehen, dass Gegenstände in ein Loch reinfallen. Das war jetzt letztens im Angebot. Ich habe gedacht, ach komm. Ach, guck mal. Wir sind ein kleiner Cursor. Und das Spiel soll nicht lang gehen, aber das soll lustig sein. So, und genau deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Machen wir auch ein komplettes Play-Thru, denke ich mal. Miras Haus. Ja, ich mache einfach mal. Esposito present Mira. Wann kommst du zur Arbeit? Ach, guck mal. Das ist sogar auf Deutsch. Mir ist langweilig. Das ist eine Ente und das ist eine Antworten. Sei still, BK. Guck mal, das ist ein... Was soll das? Ich bin tot. Ich bin gestop... Was? Ich habe ein wenigstens Respekt. Ich war echt tot. Wieso? Der Typ hat mich wieder weggehupt. Noch vor dem ersten Nacht. So schreien unglaublich. Keine Sorge. Hä? Ich werde dich rächen. Du sei vorsichtig. Der Typ kann echt hupen. Was für hupen? Wenn du meinst, komm zum Donutshop und hör auf, deinen Hund mit Brot zu füttern. Er braucht Brot zum Leben, BK. Er ist ein Leib-zertifiziertes Brot. Okay, geht fünf Minuten los. Ciao. Alles. Er ist ein Donut. Ist ja cool. Ich muss das richtig bewegen. Mach auf. Ah, da haben wir es doch. Donut County. Und da ist das dieser... Ach, guck mal. Der beobachtet mich. Oh! Guck mal, das Lauf wird tatsächlich größer. Hier in der Mitte. Die ganzen scheiß Steine hier. Und das Gras. Wieso hupt der denn die ganze Zeit? Was ist das? Was? Ich verstehe den Sinn gerade nicht so. So. Jetzt ist er weg, der. Der Kack-Vogel. Okay. Der Donut-Shop. Alles klar. Ach, guck. Das war tatsächlich ein Waschbär. Ey, der hupt nicht mehr. Hast du etwa was gegen, äh, Hupt-Typ gemacht? Ja, mach dir um den keine Sorgen. Ich finde das so geil, dass man immer so eine Ente da reinpacken kann. Ja, ja, ist okay. Hör auf. Hab ihm einen Donut gebracht. Okay, äh, oh, okay. LL hat ihn wohl abgelenkt. Er, weißt du was? Level 9. Wow. Toll. Wie man sich überbetteln kann mit dem Kack. Du kriegst gar nichts, Mira. Auf Level 10 kriege ich meinen Quatsch-Kopter. Oh. Ach so, krass. Glückwunsch. Der hat ihn ja noch nicht. Wir kurbeln dann rum wie Könige. Ey. Okay, bis später. SBK. SBK, wer heißt RBK? Sechs Wochen später. Hä? Okay, SBK. Mira, wie? Was ist das? Ach, das ist jetzt der Helikopter. Konntest du nochmal einen Quattro- Quattro-Kopter, sorry. Kaputt machen. Ich bin interessiert, dein blöder Quattro-Kopter. Wie konntest du die ganze Stadt kaputt machen? Was? 999 Meter unter der Erde. Donut Conti. Oh nein. Ich habe noch nie was kaputt gemacht. Ich bin lieb. Mein Gott, hör auf. Du hast mit dieser blöden App die ganze Stadt durchlöchert. Und wir sitzen jetzt hier unten fest. Hier ist doch alles okay. Nur nicht mein Quattro-Kopter. Ich bin das Opfer. Unterstützt mich hier vielleicht irgendwer? Der Koko, ein Krokodil. Okay, es ist klar, wie Klosbrühe das du es warst. Von Potter. Wurde gleich nach meinem Donutbestellung bei dir von einem Loch verschlungen. Was hat das damit zu tun? Dass Mira meinen Quattro-Kopter kaputt gemacht hat? Bitte, das steht nicht so geil. Potter, was ist mit deinem Sohn passiert? Oh, Pup. Mein süßer Pupin-Boy. Puppin-Boy. Er muss da oben noch irgendwo sein. Oh nein. Potter's Walk. Drücke A, hast du mal ein Loch zu öffnen? Okay. Also ich dachte ehrlich gesagt, dass das nicht so viel Zeug ist. Das Spiel scheint ja mehr zu sein, als ich dachte. Nein. Okay, es scheint doch ein bisschen mehr Rätsel zu sein. Okay. Da ist jemand. Ich nehme schon mit, keine Sorgen. Oh! Ich finde das gerade echt alles sehr, sehr merkwürdig. Okay. Ich glaube, wir beobachten uns jemand immer noch. Ach! Ja. Oh. Oh. Und weggesagt. Ist das eine extra Aufgabe, dass alles heiler ankommt? Ach, scheiße. Kann ich das Wasser auch mitnehmen später? Das wäre ja lustig. Und da ist noch ein Heißluftballon, warum auch immer. Und das war der Ofen. Ach, da ist noch ein Brett. Gar nicht gut. Oh. Jetzt nehme ich den Roller mit. Und das Schild. Dann nehme ich das Ding mit. Oh! 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 Also hier ist das Ding. Doch wird immer größer. Oh nein! Ah, und da, da haben wir das Wasser mit. Ähm. Immer absurder gerade hier. Immer mehr. So, das Haus ist auch weg Ey, da war noch mehr Tolle Lieferung Hä? Gang 9 des 10 Hä? Trashopedia Was ist? Hä? Du denkst vielleicht, dass Beute drin ist, weil, ähm, da Fass drauf steht, aber der ist voller Spinnen Der Fasskaktus Ein kostenloses Haus, lass es dir nicht nass werden Ein Pappkarton ist ein kosten... Oh, mein Traum, mein Traumhaus Die Höhle Geh rein, wenn du ein, äh, Kojoten angebüllt werden willst Äh, Kaffeebecher Kaffee ist klasse Er verbrennt dir die Zunge und lässt dich aufs Klo gehen Das stimmt Helm, schützt vor Kühen Wimbad Versuch nicht im Pool Zuckerwatte zu, äh, waschen Dieser Tipp wird dir das Leben retten Da gibt's doch dieses Video, wo, 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 äh, so ein Waschbärzuckerwatte in Wasser, äh, waschen möchte Äh, Knochen Du kannst dir zu Hause deinen eigenen Knochen machen Krass Hundeschale Daraus zu trinken ist wie einen Hund zu küssen, aber nicht so lustig Ih Donutfelsen An Stein Versuch nicht, den zu essen Hätte ich auch nicht gemacht Ofen Nur ein normaler Ofen, den man mit Schlamm füllt Ja, mit Lehm eher Potters Haus Hier haben mal Potter und Pupp gewohnt Okay Papierkugel Manchmal kann man im Inneren gute Ideen finden Picknickbank Mit den vielen Vögeln bist du bereit, um eine Tüte Chips zu bekämpfen Okay Äh, Topf, Zylinder, leicht umzukippen Topf ungedreht, überprüfte Boden nach Käfern Topf groß, K.A., irgendein Topf Lattenzaun, normalerweise ein gutes Zeichen, das in der Nähe Müll gibt Töpferscheibe, Wirbelschlamm herum, zum Spaß Es ist immer noch Lehm Was soll Lehm dann? Ne Doch Egal Topf, unten schwer Noch ein Topf, wow Äh Pueblo Mauer Eine Mauer zum Verstecken, guter Aussichtspunkt Verkaufsschild Jemand hat dieses Schild gekauft, für den Fall, dass du es selbst kaufen wolltest Okay Fernglas Diese Röhre lässt sich Spione sehen Fangen kannst du sie damit aber nicht Kamin Bring deine Augen zum Weinen, wenn du deinen Kopf reinsteckst Sukkulente Kindersicherheitskaktus Okay Und das letzte der Koffer Kletter rein für eine Freifahrt Schön Schönen Mülltag noch Have a garbage day Geil 999 Meter unter der Erde Donald County Ich wollte Pupp nur mit einem Donut überraschen Nie Jetzt schwebt er davon Ein einsamer Pupp Hm Guter Licht Zehn Zehn Hast du das Pupp gesehen? In welcher Richtung ist der denn? Weiß nicht Werde abgelenkt Äh Bestelle gerade einen Donut Lecker Ich krieg Hunger, wenn ich mir Sorgen mache Helen Helen Sorgen um was? Ob du es glaubst oder nicht Schlangen Ich mag das Spiel Ich finde das irgendwie total knuffig Das sind tatsächlich Schlangen Ich glaube ich muss alle Schlangen hier wegkriegen So Das waren alle Ah nein Da ist noch einer So Komm rein So Das waren jetzt alle Schlangen Das ist eine große Schlange Das sind Schalter Und wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Ich finde es lustig Ah Snake Danger Ja Was ist das denn jetzt? Nein Und jetzt haben wir es auf volle Stufe Aha Oh nein Oh wie viele Schlangen sind das? Komm Hundo auch Ich finde das hat was Ich finde es echt schade Dass das viel zu kurz ist Ich habe auch eher gedacht Dass das einfach so Weiß ich nicht Einfach nur Levels sind Und das war es Also Das ist einfach nur so ein Rätselspiel Aber dass da so eine Story hinter ist Hätte ich jetzt auch nicht gedacht Oh das ist immer ein großes Loch Und tschüss Fall mein Freund Fall Tolle Lieferung Die Donut Lieferung Trashopedia Zeig mal an Huhn Es ist eine Sache Einen Huhn zu besitzen Aber zwei Hühner Das sind zwei Sachen Eimer Ein großer Becher für Schmutzfreunde Holzzaun Du bist immer auf der falschen Seite Hühnerstall Der Drann ermöglicht dir Das Ei zu greifen Um das Huhn zu streicheln Eifen Handschuhe für dein Auto Ranger Station Holzgefängnis für Freaks Megafon Ein Plastikvogel Der einen Angst macht Schlange Lebendige Spaghetti Coole Schlange Lebendige Spaghetti Mit der Fähigkeit zu hassen Okay Hühner Schaukel Wenn dein Huhn keine Schaukel hat Wow Warte mal Keinen an der Schaukel hat Oder Nee Keinen Schaukel hat Hängendes Schild Keiner weiß Was da steht Geht doch nichts Oder Großer roter Knopf Nur Monster drücken den Knopf nicht Schlangenzeichen Zeig dir welche Temperatur Die Schlangen haben Temperatur Schlangenkäfig Schlangen kommen zum Sterben hierher Boah Also das ist schon makaber zwischendurch Wasserturm Er ist so geformt Damit er wie ein großer Vogel aussieht Ja Neule Walkie talkie Schalt es ein Um die Regierung auszuspionieren Suchscheinwerfer Lass dich Nicht Entdecken Okay Wollen wir mal weiter Tatsache Das ist der Der Quattrocopter So Schönen Mülltag No 999 Meter unter der Erde Donald County Was Teleskop Hab ich doch gesagt Mein Teleskop Hast du ihn gesehen Na ja Pepper und ich Hatten uns wieder in die Wolle Und ich Bin mit meinem Wohnwagen Zum Minzfluss Abgehauen Ihm hat es Dieser Vogel Angetan Ja Ein echter Netter Vogel War das Habt ihr wirklich bewundert Bis ich Heißhunger bekam Da hab ich dir über diese Donald County App einen Donald Bestellt Dann war da das Loch Flussbett Salt Salt Drücke Arm Ein Loch Zirsch Öffnen Was ist da so ein komischer Hund Warum springt der so komisch Okay Tschüss Hund Oh Weiß nicht ob das so sein sollte Aber ich hab's mal trotzdem getan Au Hä So Da füllt sich das mit Ah Was ist mit Wasser gefüllt Was mach ich denn jetzt Warte mal Ist das so ein Ah Ich wusste es Das ist so ein So ein Fisch So ein Vogel Der Der immer so Wasser Bringt Kennt ihr mich gleich Nein Ich hab's mal Untertitelung in der Ich bin Ist das so ein Das ist aber sehr durstig. Der Lümmel trinkt das Wasser. So, tschüss Vogel. Oh, Mann. Jetzt kann der Vogel sein. Das war es schon? Oh, war aber traurig. Das war zu lang. Zu, 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 zu kurz. Äh, Trashopedia, sag mal. Äh, Salz-Anhänger oder Salz-Anhänger. Tragbares Plumpsklo. Äh, Ukulele-Stück. Unten. Eine halbe Maus-Gitarre hat das Wort für immer eingraviert. Fastfood-Tablett. Gratisschlitten. Nice. Warte mal, ist das... Gab es irgendwie eine Serie, wo die das jetzt schnitten mit uns haben? Trinkbecher. Drück oben die Taste, um den Geschmack zu wählen. Klar. Pommes-Halter. Völlig unsinnige Art und Weise, deine Pommes sicher aufzubewahren. Was du meinst? Flussfisch. Du kannst einem Fisch, äh, deine Geheimnisse erzählen, der sich sowieso an nichts ändert. Geschee. Tennisball. Tennisbälle wechseln nur an schwererzeugerische Stellen. Wachsen nur an zu schwererzeugerischen Stellen. Ja, ja. Trinkvogel. Sag mir, äh, wie man von einem Vogel gefressen wird. Sag's mir. Wiss ich selber nicht. Na ja. Schönen Mittag noch. Danke. 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 Danke.